Chili kriegt noch einen Wizard rein. Passt auf jeden Fall. Ich wollte gra... Ihr habt das gerade gesehen, oder? Judentag, Leute! Nein, ich meine nicht Judentag. Einfach Judentag. So, da ist der Guzoa und er hat, ja, ordentlich, also ich würde mal sagen, etwas über 800k wären machbar. Ich bin ganz vorsichtig. Ich bin ganz vorsichtig und will hier nicht viel Troop-Wasting betreiben, obwohl der Minenwerfer ja selber eh noch ein kleines Kind ist. Sagen wir es einfach mal so. Jetzt gucken wir hier mal. Hier, komm, 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 hier. Wir wollen schon gucken hier, sodass wir ein bisschen eskaladen können. Aber, wie gesagt, ich nehme mir auch einfach jetzt immer mehr die Zeit. Alter, er hat mir richtig gefallen getutelt. Richtig cool. Zack, 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 zack. Minenwerfer ist weg. So, okay. Dann können wir hier nämlich relativ, mit relativ wenig Truppen halt rein, weil ich muss hier rein. Auf jeden Fall, ganz klar. Das ist meine Session, die jetzt laufen muss, ganz klar. Und wir sind drin. Bam, 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 bam. Klar, logisch. Der King Gun kann gar nicht so schnell gucken, wie er hier, wie die Goblins hier mal schön ihn abrasieren. Directly unsere Hintern. Ja, noch ein bisschen. Aber die dunklen Bohrer sind eigentlich egal, weil da ist nicht so viel drin. Guckt mal hier, palim, palim, zack, zack, zack. Hier, das nehmen wir mit. Das hier nehmen wir auch mit. Kurze Hand hier. Ja, man kann auch einfach sagen, kurze Hand anstatt kurze Hand. Aber, das passt schon. Manch einer hat auch eine kurze Hand. Ist auch nicht schlimm. So. Jetzt würde ich gerne wieder rein. Klar. Komme ich natürlich nur, wenn ich den Minenwerfer vorher so ein bisschen einen auf den Kopf gegeben habe. Und dann würde ich hier so ein bisschen reinrannen. Wir müssen bedenken, wir haben noch Queen und King. Die sind natürlich jetzt richtig krasse Game Changer. Klar. Also zuvor sah es aus, naja, hier ist ja nicht mehr viel. Aber klar, dann haut man King und Queen raus. Und das läuft nochmal richtig Rambazamba mäßig. Und dann ist das ganz easy. Und dann denkt man auf einmal, oh okay, mache ich ja doch noch die ganze Base platt. So nach dem Motto. Aber ich muss halt auch wirklich so sagen, ich meine, das wurde mir ja auch nicht geschenkt. Sind wir jetzt mal ehrlich. Ich habe ja lange genug dafür Staub gefressen, um hier die Helden einfach auf dieses Level zu bringen. Und habe halt wirklich, wie gesagt, die CWs dann auch immer ausgelassen. Naja, ob das halt, wie gesagt, immer so das Beste war, ist immer eine andere Sache. Aber so ist es halt. Gucken wir mal, ob wir da mit den Kobis rein. Ja, das wäre ziemlich nice. Ich glaube, die Queen selber schafft es sogar schon. Und jetzt die Kobolde rasieren garantiert. Das ist so abartig. Echt wirklich. Die sind so hardcore drauf, was die wirklich, ja, wie die das Rathaus killen. Und ja, zeitlich passt, wie gesagt, okay, die knapp 800 Dunkle sind es jetzt nicht geworden. Aber gibt Schlimmeres definitiv. Ist ein schöner Angriff gewesen. Kann man sich antun. Und wie gesagt, halt immer wieder nicht einfach nur so drauf, sondern wirklich genau gucken. Ah ja, wo könnte ich, wo könnte ich, was mache ich da. Und wie kann das was werden. So, jetzt gucken wir mal hier. Die Gem war uns einfach mal ganz, ganz gechillt. Aber so richtig gechillt. Weil wir wollen ja auch nochmal hier was im CW spenden. Ich will ja da nicht hinten ranhängen. Und die Walküre ist noch nicht fertig. Die dumme Sau. Jamming. Kein Lemming, sondern Jamming. So. Spenden tun wir. Jetzt, kleinen Moment, es ging darum, mit der größten Größe. Dann so. So. Schüsse, Junge. Habe ich ihn vergessen. Dann kommt auf jeden Fall der Bogi. Und dann kommt noch ein Magier. Ein Wizard. Ja, der kommt definitiv noch. Den müssen wir uns jetzt einfach mal gönnen. Bazinga mit zwei Gems. Nein, nein, keine Riesen. Junge. Passt. So. Und. Chili kriegt noch einen Wizard rein. Passt auf jeden Fall. Ich wollte gerade... Ihr habt das gerade gesehen, oder? Hohoho. Wird aber damit zu tun gehabt haben. Ganz einfache Geschichte. Der hat zuerst gesehen, ich spende den Fünfer. Und hat dann aber erst umgerechnet. Also, Clash of Clans war nicht so schnell. Hat dann gesehen, hey yo, der hat ja den Bonus vom Clan. Mit dazu. Und den hat er berechnet. Und dann passt das auch. So. Dann haben noch welche geschrieben, oh, mach mal den anderen Inferno auch noch auf Single. Mal gucken. Also, ich meine, momentan sind sie ja auf Single. Hier sieht man ja, wie gesagt, die sind beide auf Single. Schau ich mal, wie das so eigentlich ist. Dann denke ich mal eher einer Multi, einer Single. Weil so haben es ja auch viele. Und dann freue ich mich wirklich, wenn das dann halt langsamer fertig wird. Wenn ich dann mal endlich den Arsch hochkriege. Und auch noch die dunklen Kasernen upgrade, dass ich da den Bowler habe. Weil so ein paar Bowler-Fights. Mann, das wäre auch richtig, richtig geil. Weil die ja wirklich im oberen Bereich halt Bowler, Heiler. Das läuft ja mega nice. Richtig, richtig cool. Gucken wir mal, ob hier noch was geht. Ich brauche Verstärkung. Die bekommst du von mir, directly into the face. Golem habe ich jetzt gerade nicht. Habe ich jetzt auch gerade nicht. Aber gucken wir uns hier mal. Einen Angriff vom YOLO an. YOLO haut raus. Geiler Käfer auf jeden Fall. Ich gehe davon aus, dass du den Bereich gerade gewählt hast. Weil du da relativ dicht am Entferno dran bist. Dass du halt den Entferno relativ schnell, ja, dem Tod nahe bringen konntest. Kannst, wie auch immer. Cool, dass du die Ability noch nicht gezündet hast. Somit hast du halt alle Karten noch offen. Und kannst halt sagen, gut okay, wenn ich in die Nähe vom Entferno kommen würde, dann könnte ich meine Ability nehmen. Und dann damit natürlich den Entferno auch kalt machen. Aber die geht ganz woanders lang. Und die Walküren kümmern sich hier sehr, 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 sehr gut darum. Geiles Ding. Jetzt rennen die natürlich raus. Das ist natürlich ein bisschen Zeitverlust. Aber wir sehen es hier etwa 37er Queen. Die scheppert alles weg, Junge. Die sagt, ey, nee, 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 nicht mit mir. Bäm, Junge. Ich gebe dir direkt ins Gesicht. Und wie gesagt, ich bereue das sowas von absolut gar nicht, dass ich die Helden wirklich, ja, dann im Town Hall 9 wirklich so hochgezogen habe. Aber wirklich, dann hast du die Zeit nicht dafür. Dann willst du irgendwie deine Truppen upgraden mit dem Dunklen und stehst da. Und ich kann mir jetzt erstmal safe ein bisschen Zeit lassen. Wenn ich natürlich einen Arsch voll Elixier habe, dann kann man natürlich da auch wieder drüber sprechen. Aber ansonsten easy peasy going und dann passt das. Und was natürlich echt mega geil ist, ist halt wirklich immer wieder die CWs mitmachen und da dann halt wirklich die Beute mitnehmen. Ist natürlich geil. Also ich meine, wie gesagt, jetzt mit den 50-50, die ich jetzt mehrfach mitgemacht habe, ist natürlich geil, wenn du halt wirklich zweimal hintereinander einfach nur so einen Lootgegner bekommst. Das ist natürlich echt richtig, richtig nice. Aber davon kann man natürlich auch nicht ausgehen. So, und dann sagte mir noch einer, ich soll doch bitte die X-Bose auf 4 upgraden. Klar, macht auch Sinn, kostet aber auch 8 Millionen. Das scheppert natürlich ganz schön, muss man jetzt auch mal sagen. Aber klar, würde natürlich Sinn machen. Aber das 8 Mille ist hier auch wieder ein kranker Shit. Weil ich halt nicht so krass aktiv bin, muss ich echt sagen. Also wie gesagt, dass man nochmal einen Boost raushaut oder sowas, das wäre schon ganz nice. Da kriegt man ja noch was gerissen. Dass man sagt, gut, okay, komm, ich mache hier jetzt einfach mal 2-3 Mille und dann ist das schick. Dann läuft das natürlich auf jeden Fall besser. Aber so vom Aufteilen her finde ich das ganz gut, dass ich weiß, gut, okay, ich habe halt noch was in der Schatzkammer. Wie gesagt, ganz, 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 ganz wichtig, Leute, vergesst das nicht, dass ihr, wenn ihr ein CW habt und ihr seid kurz vorm Gewinn, Checkt nochmal kurz. Ist die so weit leer, dass ich überhaupt diesen Bonus, den ich bekomme, den Siegerbonus, überhaupt einnehmen kann? Sonst sitzt du da und der CW war ein fürn Hintern, obwohl du gewonnen hast. Das wäre natürlich nicht so schön, das wollen wir nicht sehen. Ganz klare Nummer. Zickzack greift wieder an. Krass. Und guckt euch das bitte mal an, wie der Loot so hammerhart ist, wa? Ich meine, klar, logisch, jetzt auch Minen und Sammler ein bisschen was, aber ich meine, so grundsätzlich, weil Zickzack halt noch relativ low ist vom Town Hall, ganz klar. Ein richtig schöner Schweinefight, yeah. Das ist cool, das kann man sich geben. Und die sind natürlich auch echt schnell durch die Base, echt. Also, wenn man da halt den hier richtig schön drobbelt, dann läuft das mega nice. Da kann man da richtig was reißen und schon, jetzt guckt mal hier, was kommt da noch? Klar, Tesla noch, die Kanone ist auch nicht so toll. Klar, die kann dir nochmal das Genick brechen, aber sonst passt das doch. Zack, da haben wir den Inferno noch, der noch Flächen, äh, genau, wir haben erstmal den Inferno. Der hat sich natürlich als Magiaturm verkleidet. Ich meine, guckt mal hin, sobald ihr da in die Nähe des Magiaturms kommt, dann bricht ihr auseinander und auf einmal steht der Inferno da. Kann natürlich passieren. Sollte nicht, aber kann natürlich nicht. So, hier, ja gut, das ist richtig gut, das ist richtig gut, weil die Riesen sich jetzt hier halt wirklich nach und nach vorarbeiten und der King hoffentlich nicht gleich aufs Maul bekommt, ganz genau. Da hast du aber auch, klar, der King hatte jetzt auch, wie soll ich sagen, das dichtere Gebäude war definitiv natürlich das Lager, logisch, aber ansonsten, ihr wisst selber, wie die manchmal laufen halt. Wäre der halt draußen rumgegangen, hättest du halt nicht so viel davon gehabt und das wäre natürlich dann eher into the hose gegangen. Richtig cool, schöner Fight, auf jeden Fall. Aber da seht ihr halt wieder, dass die Riesen halt wieder auch was gebracht haben, auf jeden Fall. Und deswegen immer CB auch relativ gut upgraden, dass das viele Truppen nehmen kann. Das war's von mir, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Haut mal rein, Jungs und Mädels, ich wünsche euch was. Ciao, ciao.